Wir sagen, in jedem Fall ist das natürlich eine ideale Standortbestimmung. Wir freuen uns sehr auf diese Partie. Die Trainer ebenfalls haben ihre Mannschaften richtig gut eingestellt und deswegen werden beide Teams auch dementsprechend auftreten. Ich glaube, es lohnt sich kaum so richtig zu taktieren. Das macht dieses Spiel heute aus. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Marquisio. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Er hat den Ball zurückerobert. Er war technisch sauber, sein Kopfballspiel. Und sie halten den Ball im Mittelfeld. Roby. Das war ein richtiger Zuckerpass. Midal. Ein langes Zuspiel hier. Klasse. Ja, was für eine Freude. Was für ein Tor. Ja, aber vor allem, das haben sie ja schon im Training gelegt und jetzt im Spiel brillant hingesetzt. Glückwunsch. Ja, den hat er toll. Den haben wir den Kerstofortschrecken. Ja, den hat er toll. Flanke in den Strafraum. Kein Problem für den Torwart hier. Und jetzt kann er abwerfen. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Isla. Weg mit dem Ball, Marquisio. Mit der Abwehrleistung den Ball in die eigenen Reihen zurückgehobert. Vorsicht. Auf Kommando rücken alle blitzschnell auf und schon stehen die Angreifer wieder am Abseits. Klasse gespielt. Vorsicht. Und jetzt bringt er die Flanke. Und warum haben sie da hinten so geschaffen. Das wird sich jetzt leider auffragen. Aber bitteschön. Das ist jetzt die Quittung. Das ist der Ausgleich. Da ist noch der Ausgleich. Die Führung ist dahin. Alles wieder spannend. Alles wieder offen. So, und nach diesem Tor ist jetzt alles wieder offen. Maquisio. Ja. Da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Kopie. In den Strafraum. Das Pop-Ball-Spiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, vielleicht ist der Torhüter in der Atemission unkonzentriert. Vorsicht. Ja, das sieht der Trainer gern. So, und jetzt könnte was passieren, nach dieser Flanke. Der Ball ist im Seitenhaus, ein Wurf. Mal hinter. Wir nähern uns dem Ende der ersten Halbzeit und die beiden Teams liegen gleich auf. Schöner Pass. Ja, der ist ja noch mal glimpflich davongekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur Freistoß. Sehr gute Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation.